Zu den Konsequenzen dieser Entscheidung der Höchstrichter ist uns jetzt Christine Trummel, die Leiterin der Bioethik-Kommission, zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend, danke für die Einladung. Danke fürs Kommen. Frau Trummel, Beihilfe zum Suizid ist nach diesem Erkenntnis jetzt also erlaubt. Tötung auf Verlangen bleibt verboten. Damit wir jetzt in den kommenden Minuten auf gar keinen Fall irgendetwas verwechseln, können Sie uns den Unterschied kurz erklären? Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig überhaupt mit dieser Terminologie, die ja sehr verwirrend für viele Leute ist. Hier einmal zu beginnen bei Beihilfe zum Suizid oder überhaupt Suizid spricht man von einer Handlung, wo der Betreffende selber, der Suizident, eben die letzte Handlung selber macht. Während bei einer Tötung durch Dritte, also sogenannten aktiven Sterbehilfe, macht ein Dritter diese letzte Handlung, die das Leben desjenigen auf seinen Wunsch beendet. Das heißt, es sind verschiedene Personen und dadurch auch eine völlig verschiedene Situation. Der VfGH schreibt mit seinem heutigen Erkenntnis das Recht auf menschenwürdiges Sterben fest. Aber wer entscheidet denn nun, dass Sterben eben nicht mehr menschenwürdig ist? Ja, sichtlich haben das ja sehr viele Menschen so gesehen. Und es gibt ja auch Umfragen, dass für die Menschen etwas sehr wichtig ist, auch in den letzten Stunden, auch im Rahmen von Krankheiten selber irgendwie noch die letzte Entscheidung treffen zu können. Und sehr bewegend war das Frau Göttler, die in der Sendung Kreuz und Quer eben im Gespräch erzählt hat, wie es ihr geht mit ihrer Erkrankung an der Multiple Sklerose. Und wo man tatsächlich, wenn man ihr zugehört hat, verstanden hat, dass es eigentlich durch eine derartige Entscheidungsmöglichkeit für sie eigentlich gewonnene Lebensmonate und vielleicht sogar auch Jahre betrifft. Und das ist schon was sehr Wesentliches, weil man hier verstehen kann, dass wenn die Menschen in diesen Momenten selber sozusagen am Steuer sitzen können, das heißt selber entscheiden können, dass dann die Notwendigkeit, auch so eine Entscheidung zu treffen, wahrscheinlich gar nicht mehr gegeben ist. Und das zeigt ja auch zum Beispiel Oregon, dass ein Drittel der Menschen, die eben Beihilfe zum Suizid oder jedenfalls einen frei verantwortlichen Suizid begehen wollen, dass sie das gar nicht mehr tun in dem Moment, wo sie wissen, sie könnten es aber tun. Dennoch, wer schwer krank ist, wer sterbenskrank ist, wer weiß, dass das Leben zu Ende geht in absehbarer Zeit, der hat natürlich auch mit depressiven Phasen zu kämpfen. Der ist Depressionen möglicherweise ausgesetzt. Wie kann man jetzt unterscheiden, ob dieser Sterbende eine depressive Phase hat, die vielleicht in einigen Tagen wieder vorbeigeht, oder ob da wirklich ein anhaltender Wunsch ist, zu sterben? Und wer vor allem kann diesen Unterschied feststellen? Das ist ein sehr wichtiges Thema, das Sie hier ansprechen. Erstens hat natürlich der Staat auch die Aufgabe, Suizide zu, also Suizidprävention zu betreiben und auf keinen Fall zuzulassen, dass Menschen vulnerable sind, dass Menschen eine Depression haben und dass sie aus diesem Grund aus dem Leben scheiden wollen. Und das wird sicher auch eine Frage sein, die im nächsten Jahr der Gesetzgeber sich sehr gut überlegen muss, wie er eben garantieren kann, dass nur diese Menschen, die kompetent sind, die eben genau aufgeklärt sind, die wissen, worum es geht, dass nur diese eine Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen können. Sie haben es schon gesagt, der Gesetzgeber muss dieses Gesetz jetzt also reparieren. Das bedeutet, der Nationalrat muss ein neues Gesetz beschließen, das definiert, wie diese Beihilfe zum Suizid aussehen kann. Aus Ihrer Perspektive, aus der Perspektive der Bioethikkommission, was ist aus Ihrer Sicht gleichermaßen sinnvoll wie vertretbar? Ja, vielleicht muss ich kurz ausholen. Wir haben als Bioethikkommission im Jahr 2014 diese Diskussion zur Würde am Ende des Lebens geführt, parallel auch mit der damaligen Enquete-Kommission im Parlament. Und wir haben uns wirklich die gesamte Thematik des Lebensendes angeschaut, vor allem auch die Übertherapie, die für uns ein sehr wichtiges Thema war. Aber selbstverständlich konnten wir nicht am Paragraf 78 und 77 des Strafgesetzbuches vorbeigehen. Und das Problem der Beihilfe zum Suizid ist, dass er zwei Tatbestände hat. Das haben wir ja auch kurz gehört vom Präsident Grabenwarter. Einerseits die Verleitung zum Suizid, an der niemand rütteln würde. Das ist ganz klar, dass die straffer bleiben soll. Aber der zweite Tatbestand ist die Beihilfe. Und unter Beihilfe versteht hier der Gesetzgeber eine sehr, sehr breite Anwendung. Das heißt, es ist nicht nur jemanden tatsächlich, wenn man das so sinnbildig sagen kann, den Becher mit dem Gift in der Hand zu geben, sondern es ist schon, wenn man seinen Angehörigen das Ticket zum Railjet kauft oder den Koffer zum Bahnhof trägt oder wenn der Arzt in einem Gespräch mit seinem Patienten sich anhört, dass der Patient lebensmüde ist aus Basis einer schweren Erkrankung und dann diesen Patienten nicht gleich zu seinem Schutz in eine geschlossene Anstalt bringt. Das heißt, dieser Aspekt ist etwas, was wirklich hier in der heutigen Zeit nicht mehr akzeptabel ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass man Tür und Tor öffnen soll, um hier Suizide zuzulassen. Das ist ganz klar. Gegner und Skeptiker jeder Art von Sterbehilfe, die unter anderem auch in der Hospizbewegung sehr aktiv sind, sagen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, Leid am Ende des Lebens zu lindern. Man kann eine Patientenverfügung abschließen, es gibt natürlich Palliativmedizin, es gibt Schmerztherapien. Man kann Patientinnen und Patienten in eine Art Dämmerschlaf versetzen, wo sie dann hinübergleiten in den Tod. Warum ist das für manche Menschen eben keine Lösung? Das haben wir auch sehr lange diskutiert im Rahmen unserer Befassung mit diesem Thema. Es gibt halt gewisse Situationen, die man im englischen Sprachgebrauch unbearable suffering nennt, also ganz unerträgliches Leid und das nicht nur mit Schmerzbehandlung zu stillen ist. Und es gibt auch sehr viele Menschen, die am Lebensende eben nicht in einem Dämmerschlaf sterben wollen, sondern wach sein wollen und noch ihre Familie, ihre Freunde, ihre Angehörigen erleben wollen. Also ich glaube, es gibt da sehr viele individuelle Entscheidungen, die man leider nicht alle mit der Palliativmedizin, mit Hospizwesen und anderen medizinischen Errungenschaften gut behandeln kann. Leider. Dadurch ist es eben hier so, dass es einen gewissen Anteil noch von Menschen gibt, denen man eben das selbstbestimmte Lebensende zugestehen muss. Wenn eine neue Tür aufgeht, dann geht sie auch für möglichen Missbrauch auf. Der Verfassungsgerichtshof hat den Gesetzgeber heute auch dazu aufgerufen, jeden Missbrauch möglichst auszuschließen. Welche Vorkehrungen könnten denn da aus Ihrer Sicht effizient getroffen werden? Also wir haben Folgendes vorgeschlagen, natürlich nicht bis ins Letzte ausgefeilt, das ist ganz klar. Wir haben ja nur eine Möglichkeit hier gesehen, die nicht nur von uns als Kommission, sondern auch von anderen Ethikern gesehen wird. Zum Beispiel, dass es nur betreffen kann Menschen mit einer begrenzten Lebenserwartung und mit einer sehr schweren Erkrankung. Erwachsene Menschen, also keine Minderjährigen, Menschen, die aufgeklärt sind, die genau verstehen, um was es hier geht und die eben hier auch nachvollziehbar sind für alle anderen Menschen, die mit den Werten eines vernünftigen Lebens hier vertraut sind. Daher wäre es schon möglich, dass hier der Gesetzgeber auch verschiedene Instanzen, Begutachtungsgespräche mit Ärzten oder vielleicht mit anderen Leuten mit Kompetenz in solchen Situationen sich vorstellen kann und normieren kann, dass das alles passiert, bevor das auch eine gewisse Zeit vielleicht gewartet werden muss, um sicher zu sein, dass die Menschen kompetent sind und etwas, das endgültig sind, nicht aus einer bloßen Depression heraus, die behandelt werden kann, entscheiden. Frau Dr. Trommel, vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr.